Und jetzt holt doch mal bitte das Plakat vom Sarrazin. Tino Sarrazin hat den Koran gelesen, als ein Bürger mit gesundem Menschenverstand. Sarrazin ist ein kluger Kopf, der hat bei der Deutschen Einheit maßgeblich mitgewirkt. Der war Bundesbankfinanzvorstand, der war Finanzsenator in Berlin. Der hat es geschafft, als erster Finanzsenator, dass Berlin schwarze Zahlen geschrieben hat. Ein kluger Kopf. Ein Applaus für den letzten verbliebenen Mann mit gesundem Menschenverstand in der SPD.